Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. So, vor dem gleich. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop, der Creator Code, sofort und gleich, TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in Itemshop vom 17.11.2019. Und wir haben den der gleiche Stoffel. Und wir haben eine neue Lackierung der Refs, Neopren und einen neuen Skin, die Brando. Boah, wir haben heute vieles neu. Super sauer ist auch neu. Sauer ist neu. Sauer ist nicht neu. Nein, nein, Limetta und Sauer ist nicht neu. Okay, dann fangen wir mal direkt auf der rechten Seite an mit dem Vulture. Und ja. Wir haben sogar ein Gameplay zum Vulture. Das ist ein ziemlich cooles Teil. Gefällt mir sehr gut. Kick von mir. 8 von 10. 18 von 9 von 10 sogar. 19 von 10. Cool, ja. Okay, cool. Ja, von mir geht auch 9 von 10. 3,29 für 5 bei 17 Vulturen. Das ist vom 1. September 2019 schock gewesen. Und 5 von 10 in Minas. So. Mega geil. Der Knieklatsche. Für 500 Vulturen. 8 von 10. Mega geil. Die von mir 10 von 10. Ich finde es richtig gut. 4,09, 5,34. Das ist ein 8 von 9,5. Dann kommen wir zu ansteckend. Ja, dazu hatte ich ja schon mal einen Vergleichsvideo gemacht. Auch einmal. Kick von mir. 7 von 10. Ja. 7 von 10 von mir. 8 von 10. Und 4,4,7 von 5 bei 15 Vulturen. 19. August 2019 schock gewesen. Wir kommen zu Krawallkumpel. Den finde ich eigentlich ganz cool. Das sieht auch aus wie so ein bisschen Mr. Tieferschnitt kriegt von mir 8 von 10. Von mir 7 von 10. 3,5 bei 15 Vulturen. 1. August 2019 schock gewesen. Dreimal und 4 in Minas. Und wir kommen nach. Steine, stein, 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 Na, 1,0 für ihn. Papier. Na, 1,2, ist auch okay. Also jetzt bin ich dran. Oder stein. Oder stein. Stein. Nein. 1,0 für ihn. Stein. 1,0 für die Gronung. Ja. Komm auch an der Scheißfoto bei den beiden. Okay. Bei dir. Nein, bei dir. Also bei mir. Schere. Papier. Nein. Ja, jetzt hast du auch verloren. Ja, das war alles bloß. Trotzdem ist es schlecht. So. Schere, 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 Ja, ja. Natürlich. Auch befördert. Ja, natürlich. Heißt. Okay. Das ist für mich eines der coolsten Dinge. Geht von mir auf jeden Fall 10 von 10. Ist ja klar, das ist ja. Das Kult. Ja, natürlich ist das auch so geil. Und wir haben eine Berufung. 3,4. Was? 3,3. 4,35. von so sagen bei 17 maus aus dem vierten abrückte aus dem schock gewesen sein 30 mal 14 mal guck mal das muss schon auch schon länger oder dabei geht ja so jetzt war es ja und ich krieg von mir kriegt von mir 7 von 10 7 von 10 3,1 258 19 6. september 2019 schock gewesen seitdem dreimal und steinert sehr sehr cool aber wenn wir gerne haben oben rechts in der ecke bei der infocardung verlinkt 15 genau das ist nämlich auch cool aus kriegt auf jeden fall von mir ziehen ich habe schon wieder als alle liebes ranger gekauft haben nur für die nur für die füge ich habe mir zehn von 20 auch 4,2 15 bei 19 29 september 2019 schock gewesen seitdem dreimal und 28 reminers und das was jetzt kommen wir zu sagen wir machen wir ja zu denen die metta finde ich persönlich so man an die ran sagt damals backpack finde ich persönlich jetzt naja geht so haben wir auch glaube ich kein gameplay finden können oder machen können dazu weil ich habe die bis heute glaube ich noch nicht eines mauchterlich gesinnt die metta kriegt von mir 4 von 10 6 von 10 1,8 95 19 19 sind drei mal nach meiner schläge saureschläge saureschläge haben wir auch 4 von 10 3 von 10 6 von 10 aber ich gehe nicht wasser waschbäuer aus 1,8 356 wo es 3 mal und 2 mal was ich bin der waschbäuer ich bin der waschbäuer super sauer das ist neu ja die müsste neu sein für 500 wie box oh gott ist das schrecklich 3 von 10 für 500 wie max oh mein gott mir wird ganz schwindelig ich finde die so schlecht ich finde die mega schlimm 8 von 10 was ist dein ernst ja ok ich finde es jetzt nicht schlimm ja nicht schlimm ist aber weit entfernt von 8 von 10 das ist schrecklich die 7 von 10 ok ja das ist okay aber nicht schlimm ist na gut also sauer sauer kriegt von mir 6 von 10 6 von 10 5 von 10 ja 6 von 10 2,8 356 wo es ist und 19 wir kommen zu der behandlung wir haben hier den imperialen sturm truppe und der kriegt von mir 10 von 10 das war ja schon gestern auch drinnen von mir ja sowieso schon bewertet das heißt da hat eine 4,24 25 25 wo es ist ein 15 neuer wird so ein schock gewesen seitdem dreimal und vier meiners und wir kommen zu zum doppel viele tiere ja und er kriegt von dir aber ein bisschen so doppel viele tiere für 500 wie box das so teile hätte ich gern zu hause kriegen von mir 7 von 10 für 500 10 10 von 18 so umbrann zeigt die mal so mal an die bitte ran ja so die sieht eigentlich wie sieht eigentlich ganz gut aus die man sagen wollte man zeigt gesund noch mal bitte ein bisschen zeig mal so immer weiter runter was er die schuhe hat die welt wird die normale schuhe stiefel ok ja kann man ich gibt es sogar 8 von 10 ich bin die gar nicht so schlecht gerade dadurch dass wir vereinbaren 35 und jetzt das war's oder nein 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 das ist noch die lackierung neopren neopren ja soll ich hab mal das komplette schicken ja natürlich nicht so schnell aber sie eigentlich ganz okay aus die farben sind in ordnung und sehen eigentlich ganz gut aus kriegt von 7 von 10 kein voting und einmal und wir kommen jetzt zum bewertung des ganzen shops und ich würde sagen der shop kriegt von mir eines mehr ehrlich also bei den vielen dingen ja bei eines mehr zeit mal ganz ich habe mega wir haben mega viele hohe bewertungen gegeben wir haben stein schere papier drin gehabt der walter kommt bei mir knie klatscher ist mega geil ich finde den neuen skin gut ich finde den sturm trooper gut ich finde stein herz gut das gibt ja ich würde in lovid geben aber das ist okay sie macht lovid 686 mehr und 1645 jetzt wenn es euch gefallen hat dass wir gerne daumen nach oben da schreibt in die kommentare aber nicht unseren youtube-kanal und schließt wieder an wenn sie da ist und wenn uns weiter rein und tschüss